Hallo, das ist ein Böse. Nachfleisch auf der Hölle, auf der Suche nach der Farbe Rot. Das muss ich mich zu Worten von MCs auf der BRC 3. Der Kameras hat die gleiche Ansicht, die war so wie ich, also bin ich dabei. Ich schlag euch alle kaputt, bin ich mit euch fertig, seid ihr nur noch Asche und Schutz. MC wasst an der kleine Mann, rennt und versteckt seine Familie. Denn bald komm ich an das Mikro ran, ich hab Pfann, ich will dich töten. Jetzt liegst du sechs Fuß unter der Erde und deine Mutter muss bei dir flöten. Ich rede nicht mit dem Hütten, denn mein Penis spricht die Graubersprache. Mit meinem Penis in deinem Mund verschlechst du die Sprache, Pia. Ich habe immer den gleichen Traum, in diesem Traum. Denn bald kriegst deine Mutter mit dem Hütten, so wie sie geholt. In deinem Floßwerk wäre schminkhaft, die Natürlichkeiten, die Voraussetzungen zu zeigen, zu zeigen, zu sagen, sicher meine Ohren vom Stroh und dein Vater vom Heirat. Weil ich war auch selbst noch, war ich nicht ganz, denn wirklich bin hier ja klar. Der letzte Teil ist der Finger, wenn ich gegen dich hatte, stört mich deine Nase so sehr, dass ich dir abgestellte, der dann unter in die Scheine geschält. Wenn ich das Heißfeld versteckte, ich eine Seite und stelle meine Brotspulkein. Denn ich wollte die Leute vor dem Fuß gesteckt, aber wenn du deinen Schein zu bleiben, um dich zu nutzen, dann hast du dich zu helfen, dann hast du dich zu unterstützen. Und sie stünden sich trotzdem nicht.